Test, Test, 3, 2, 1, Test, Test! Ich konnte euch noch so ein bisschen runter meinem Luxuskörper zu zeigen. Hallihallo und herzlichst willkommen zu einem neuen, seit langem Ersehnten, zumindest von mir, Update-Video zum YouTube-Channel. Wie ihr vielleicht hört, der zweite Trottel ist weg. Also, Andreas wird sich zu Hause eingezogen, Corona-Sache hat sich ja jetzt halbwegs beruhigt in Deutschland und alles, was wir bisher getan haben. Im Weiteren wäre uns irgendwie noch mehr auf die Nerven zu gehen, deswegen wir gedacht haben, okay, gut, diese Wohnung ist nicht groß genug für uns beide. Weswegen er mich jetzt rausgeworfen hat, er kommt in fünf Minuten wieder und dann muss ich hier draußen sein. Tut mir leid, es gibt keine Aufnahmen mehr, ich bin nicht mehr da. Nein, Scherz. Also, er ist jetzt nicht nach Hause gegangen und das bedeutet, ich kann mich endlich wieder sinnvoll an dem YouTube-Channel kümmern und nicht nur auf Twitch tausend Sachen raushauen. Dafür habe ich mir hier so eine kleine Liste geschrieben, mit der ich nicht fertig geworden bin. Gott, damit ist es halt so. Also, ich wollte einen Upload-Plan machen für YouTube, einen halbwegs sinnvollen, wo nicht zu lange, nicht zu viele Videos pro Woche kommen, wo genügend Abwechslung drin ist und wo alles, was ich machen will, mit dabei ist. Der letzte Punkt hat mich gefickt. Also, wir hatten sehr, sehr viele Let's Plays vor diesem Lockdown, die ich anfangen wollte, die ich theoretisch hier drin hätte anfangen können, wäre da nicht jemand anders gewesen. Und viele, viele neue Let's Plays, die dazugekommen sind, weil diese andere da waren, wir irgendwas spielen mussten. Und ich bin leicht überfordert, was wir machen müssen. Was ich aber bisher auf jeden Fall habe, was Hansi allein zu Hause bisher sich zusammengesetzt hat, ist tatsächlich vier von sieben Tagen, also mehr als 50 Prozent, ich habe bestanden, danke dafür. Übrigens, wir sind auch in gewohnter, verpixelter Manier wieder hier, weil mir die Kamera auch noch scheiße ist. Seid dankbar über die Pixel, sonst würdet ihr meine Pickel sehen. Win-Win-Situation und meinen Schweißausbruch und was nicht alles dazu gehört. Also, als allererstes gehen wir chronologisch durch. Montag, Dienstag, Donnerstag habe ich kein Plan, was ich bringen soll. Nicht, weil ich zu wenig habe, sondern nur, weil ich noch nicht abschätzen kann, was davon gut läuft. Das wären übrigens die normalen Let's Play-Tage. Heißt, Montag, Dienstag, Donnerstag würde irgendwie logischerweise ein Let's Play kommen. Ich hatte jetzt überlegt, ich habe viele, viele Optionen. Also von Monster Hunter Generations Ultimate, was sich schon tausendmal, zumindest von Markant der LP, wieder gewünscht wurde. Digimon World, weil ich das gar nicht mehr gespielt habe und durchaus Bock darauf habe, da wieder irgendwie reinzukommen. Und wir haben in den letzten zwei Wochen drei neue Abonnenten bekommen, nur durch Digimon World. Und wir dachten, what the fuck, wo war der, als ich noch spielen konnte? Also, meinen alten Spielstab noch spielen konnte. Die wollen wir natürlich schön begrüßen, weswegen das eine Option wäre. Ansonsten, was auch geil wäre, wäre natürlich eine Nasslock weiter, eine Nasslock Challenge. Jetzt nicht bei Pokémon Schwert und Schild, aber die Überlegung wäre bei Pokémon MMO. Ich meine, da habe ich mit Andreas angefangen, da haben wir mehr oder minder geschafft. Also wir haben zumindest, einer von uns hat das Nasslock Battle abgeschlossen, in der einen oder anderen Weise. Bei Rot, also mehr oder weniger Feuerrot und Rubin Saphir. Das heißt, da würde auf jeden Fall noch drankommen Diamant und Perl, die ich dann halt spielen wollen müsste. Und wäre halt dann gut, die irgendwie noch zu machen. Das heißt, meine Idee wäre bei Pokémon MMO, Nasslock, Diamant und Perl noch zu machen. Theoretisch wäre Schwarz und Weiß auch noch eine Option, aber da habe ich ihm zugeschaut, wie er es gespielt hat, während ich gearbeitet habe. Absolut moralischer Support an dieser Stelle. Und daher wüsste ich da schon relativ viel und das wäre vielleicht nicht ganz so cool. Genau, Diamant und Perl will ich auf jeden Fall noch irgendwie machen. Übrigens, alles, was ich jetzt erzähle, werde ich auch irgendwann machen. Ich muss noch irgendwann eine Zeit dafür finden, was das große Problem werden würde. Corona. Mir fehlt das mindestens, Gott damit, warum ist er nicht da? Ich brauche den Typ, der mit mir labert. Egal. Ja, ich habe einen Zugserschein. Das weitere Nasslock vom Temtem heißt das Spiel, glaube ich. Dieses Pokémon neu. Wurde mir von Anubi Gym mit vorgeschlagen, als ich gefragt habe, ey, was sollen wir denn machen zu zweit? Wo er schon meinte, der Nasslock wäre geil von Temtem. Eins von beiden oder weiß, würde ich auf jeden Fall gerne noch machen wollen. Weil mir der Nasslock vom Pokémon sehr, sehr gut gefallen hat. Und wie ihr seht, das wären drei Dinger. Die könnte ich in jedem von diesen drei Displaysplots irgendwie mit reinquetschen. Die Option würde bestehen. Nur mein Hauptproblem ist, dass ich halt anschließend nach dieser Woche auf jeden Fall noch mit weiter arbeiten gehe. Und das heißt theoretisch acht Stunden am Tag. Auch wenn ich Homeoffice habe und deswegen gerade Let's Plays ganz gut sind, weil ihr könnt halt während ich arbeite halt rendern, würde ich schon ganz gerne ein bisschen mehr arbeiten als die letzten Wochen. Weil wir als Andreas da waren, habe ich teilweise meine vier Stunden nicht geschafft. Das sollte ich nicht öffentlich sagen. Dafür habe ich am Wochenende weitergearbeitet. Ich bin auch umso schnell vorangekommen hier und das muss sich ändern. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich Urlaub genommen, um die Zeit von vorher nachzuarbeiten. Ja, ich bin ein guter Student oder jetzt schon Wissenschaftler. Ich nehme mir Urlaub, um arbeiten zu können. Mindgames, um die nicht gemachte Arbeitstheil aufzuholen. To be fair, ich werde auch nur für vier Stunden bezahlt. So könnte man da rangehen und sagen, die anderen vier Stunden sind halt Hobby. Was durchaus auch machbar ist. Aber halt in so einer Zeit, wo du halt abgelegt wirst und einfach alles komisch ist. Ich denke mal, dass nicht jeder, dass jeder seine Arbeitstheil nicht kommt, der schafft. Ist meine Ausrede okay? Irgendwie muss ich da noch rankommen. Wie gesagt, deshalb habe ich Urlaub genommen, da ein bisschen zu arbeiten. Zumindest morgens, während ihr noch schlaft und nachmittags halt zu streamen. Was der nächste Punkt ist. Also das waren die drei Let's Plays-Dinger. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da offen für alles und ich werde höchstwahrscheinlich alles so ein bisschen irgendwie aufnehmen und wo rausbringen. Und das, was am besten läuft, weiterführen und das andere später machen. So wie ich Bock drauf habe. Wobei ich habe in der Regel immer auf das Bock, was ihr nicht sehen wollt. Was ungünstig ist. Aber irgendwie werden wir ja schon einen Konsens finden. Vertraut mir. Dafür gibt es Kommentare. Dafür kommen dann eine Reden. Für die, die noch mit dran geblieben sind nach Corona. Wir machen was Tolles hier raus. Oder ich mache es mir als selbst. Das sowieso. Also, jetzt bleiben natürlich noch vier andere Tage. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Was habe ich da schon jetzt geplant? Also erst mal Mittwoch will ich nochmal ganz kurz groß Werbetrommel machen. Weil das auch heute schon losgeht. Zumindest das Mittwoch-Ding. Sea of Thieves. Ich weiß, haben sich bisher nicht allzu viel anguckt. Bis fast keiner. Aber wir haben schon ein Like bei meinen zwei Parts bekommen. Wuhu. Und Sea of Thieves ist ein relativ cooles Spiel. Wo ich unglaublich Bock momentan drauf habe. Ich spiele das mit Andreas zusammen unter einem anderen Freund namens Dorian. Und ich schneide die Dinger sinnvoll zusammen. Sinnvoll zusammen. Und worum es geht. Du bist ein Pirat auf dem Schiff. Du fährst über alle sieben Weltmeere. Okay, über das eine. Und fährst zu Inseln. Machst Aufträge oder auch nicht. Tötest andere Spieler. Oder wirst getötet. Kämpfst gegen Piraten. Also Skelett-Piraten. Und gegen Seemonster. Was unglaublich geiles. Wir hatten jetzt in der letzten Aufnahme. Bis die kommt dauert noch eine Weile. Den verkackten Kraken auf uns. So, ey, gucke mal. Wir haben hier ein paar schöne Loot-Sachen. Jetzt darf uns nur niemand angreifen. Im Moment geht die Musik los. Ah, nee, der Hai. Leute. Leute, das ist nicht der Hai. Doch, das ist der Hai. Die Musiker, das ist es nicht. Da kommt so ein Tentakel von unten hoch. Und wir alle Panik und Ende. War sehr witzig. So was werde ich halt zusammenschneiden. Im Sinne von normale Schneider sind wahrscheinlich besser darin. Weil ich das noch nie wirklich getan habe. Es soll kein Best-of an sich werden. Auch wenn es im ersten Part anders hieß. Es soll ein normales Display sein. Wo die Zeiten, wo nichts passiert. Wo wir nicht miteinander reden. Wo einfach nur Wellenrauschen ist. Was auch ganz cool ist im Spiel, by the way. Wird damit rausgeschnitten werden. Sodass es halt einen schönen Flow ergeben soll. Ich bin nicht perfekt darin. Aber ab und zu haue ich ein paar Memes rein. Weil ich die witzig finde. Weil sie gerade perfekt passen. Ich habe bisher drei Parts gerendert. Der dritte kommt, wie gesagt, heute. Ab jetzt übrigens. Updates. Uploads immer 15 Uhr wieder. Nicht 13 Uhr. Damit ihr alle aus der Schule seid und was habt. Und ja, ich habe mich jetzt so durchgehend von 11 nach 15 Uhr nach vorn gearbeitet. Vielleicht komme ich auch noch zu Primetime, wenn ich wirklich groß bin. Gut. Das heißt, Sack of Sea of Thieves kann ich euch nur werben aus dem Herzen legen. Da werde ich allerdings nur ein paar pro Woche rausbringen. Weil das Schneiden halt scheiße lange dauert. Auch wenn man nicht gut darin ist. Vielleicht auch gerade dann. Ich werde aber mit der Zeit besser. Obviously. Deswegen mache ich es ja. Um gut zu können. Wobei, ihr kennt ja meine Montagen, die ich schon mal selber ausgehauen habe. Die sind teilweise sehr stark geeditet worden. Meine Verhältnisse sehr stark. So hart wird es halt nicht. Ab und zu wird es reingehauen. Und dann ist gut. So. Wie gesagt, nur wer es aus dem Herzen legen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ab heute ist übrigens der Part, wo wirklich viel passiert. Sagen wir es mal so. Ne? Interessiert? Schauen Sie jetzt. Okay, das mit dem Scheiß. Und es kostet nicht mal was. And that's a good price. Sind wir auf dem Thema abgekommen. So. Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag und Sonntag werden die Streamtage. Also nicht die, wo ich streame. Sondern die Tage, wo die Streams auf YouTube kommen. Dabei ist Freitag ein variabler Tag. Wo halt irgendwas, was ich hochgeladen habe, kommen kann. Und Sonntag immer Monster Hunter World kommen wird. Einfach nur, weil wir A. am meisten Parts davon haben. B. dass das ist, was am meisten gesehen werden möchte. Und ich werde jetzt demnächst sehr, sehr viel Xenoblade Chronicles Parts haben. Weil ich habe mir auch Urlaub genommen. Wegen dem Spiel. Yay. Überhaupt nicht süchtig oder so. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich jetzt die Woche sehr, sehr viel streamen. Den ganzen Aufnahmen ich jetzt vorbereiten muss. Einfach nur, um die Xenoblade Chronicles möglichst weit durchbekomme. Vielleicht komplett. Hört mal sehen. Xenoblade Chronicles habe ich schon viel von erzählt. Ich mache einen Slow Walk. Oder einen Langsamlauf zu Deutsch. Eine neue Kategorie, die ich mir selber ausgedacht habe. Absolut Zuschauer unfreundlich. Denn es ist gegenseitig von einem Speedrun. Obviously. Heißt, ich versuche nicht möglichst schnell durchzukommen, sondern möglichst langsam. Mindgames. So macht man nämlich neue Formate. Was einfach der Grund ist. Xenoblade Chronicles. Ich liebe das Spiel, weil es ein Open World ist. Und du alles erkunden kannst. Und tausend von Aufgaben da sind. Und wenn ich dann sage, ich rushe hier jetzt durch, verpasse ich ja alles. Also, ne. Wie sollte ich sonst mit fucking Nira Nira reden? Die sich lieber hinter einem Baum versteckt, als Lukas den Brief in die Hand zu drücken. Ah, goddammit. Ähm, fucking Nira Nira. Ähm. Aber ja, also alles langsam durchspielen. Und das wird einige Stunden dauern, bis ich den Urlaub genommen habe. Und das streamen werde. So. Ähm. Also das wird dann höchstwahrscheinlich die Folge wie Freitag zu sehen sein. Neben sowas wie Fire Emblem, Dark Souls oder halt Monster Hunter, wenn ich nur Monster Hunter aufgenommen habe. Heißt, die Streams kommen doch nicht komplett jetzt grundlegend. Äh, ansonsten, ähm, nochmals Monster Hunter World. Wir sind da jetzt für alle, die den Faden verloren haben. Äh, von, im Stream sind wir bei, ähm, ähm, Iceborne angelangt. Also haben wir den Master Rang Stufe 3 oder 4, glaube ich schon. Ähm. Heißt, wir sind demnächst an dem, also Jürgen Gaming, ganz ruhig. Wir sind fast an dem Part, wo du mitspielen kannst, weil all Dead Night Night erlaubt sind. Ganz knapp davon. Ganz knapp. Ähm. Übrigens, äh, auch wenn Andreas nicht mehr neben mir sitzt, Soundqualität ist jetzt besser und hoffentlich auch Bildqualität, weil wir es höchstwahrscheinlich über Discord weiterspielen werden. Also er ist nicht komplett jetzt raus, hoffe ich sehr stark. Sondern er ist, äh, einfach nur verschoben und wir machen jetzt mehr alleine. Er kommt aber hoffentlich, gerade zu Monster Hunter World und Coca-G wieder mit. Nicht hierher, sondern spielt er von zu Hause. Discord und so, ahu, klappt schon irgendwie. So. Ähm, da haben wir Freitag oder Sonntag mit irgendwelchen Streams vollgeballert. Ähm, dann dachte ich mir, hm, theoretisch könnte ich Samstag auch streamen machen. So hast du viel, das würde passen. Aber drei Streams hintereinander ist ein A3-Stunden. Ich kann euch nicht neun Stunden am Wochenende mit irgendwelchen Content zu ballern. Die meisten haben ja auch noch ein Leben. Oder spielen halt Monster Hunter. Uuuuh, apply water to the bird area. Und, ähm, sorry, kick's nicht, Michael. Und Samstag kommt dann, äh, was mach ich da? Ich spiel Monster Hunter. Es kommt Ultra Hardcore wieder. Wuhuu, Applaus! Ja, das Coolste kommt immer zum Schluss. Ähm, wurde sich viel gewünscht von dem, was wir angeteasert, angestreamt haben. Oder überhaupt gestreamt haben. Das, was am meisten gesehen wurde, mit Abstand. Das hätte ich nicht erwartet. Also, ich fand Ultra Hardcore immer cool. Aber ich habe nicht erwartet, dass ihr jetzt auch so feiert. Und, deswegen wäre es eine Strafe, das nicht weiterzuführen. Heißt, Samstag Ultra Hardcore. Ich werde Sodo den Online-Modus von Monster Hunter Tri Ultimate, so hieß es, weiterführen. Da haben wir jetzt angefangen. Es wäre doof, die drei Parts ignorieren zu lassen. Heißt, dann mache ich weiter. Das Online-List nehme ich sehr stark an, dass das relativ schnell vorbei ist. Und das können wir von mir auch offline nochmal probieren. Oder aber, kommen wir zu dem, was ich nicht reinfitten konnte. Also, wie gesagt, jetzt immer Samstags Ultra Hardcore. Ähm, so gewohnten Zeit, glaube ich. 15 Uhr und ich hoffe, wir werden sehr viel Spaß damit haben. Ähm, warte, erstmal hier Punkt. Ich hoffe, dass ich soweit alles aufnehmen werden kann. Also, das Minimum sind Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. Das will ich auf jeden Fall halten. Ähm, und dann muss ich schauen, wie meine Arbeit mich nächste Woche fesselt. Oder weghält vom Aufnehmen. Und dann könnte es sein, dass Montag bis, Montag, Dienstag, Neustag vielleicht ein bisschen was ausfällt. Vielleicht kommt es auch regelmäßig. Wir werden sehen. Das war jetzt unsere erste Idee. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich nicht mehr reinfitten konnte. Also, neben, was mache ich als jetzt Play? Nochmals Erinnerung. Monster Hunter Reefs, Ultimate, Digimon World, Naslock. Eure Hinweise und eure Ideen können wir da gerne mit einbauen. Ich bin offen für alles. Und, ähm, was nicht mit reinkam. Obviously, Dark Souls 3. Ähm, das Problem daran ist, Ich würde auch sehr, sehr gerne Dark Souls 3 spielen. Obviously, Dark Souls kam bei euch relativ gut an. Hat mir auch noch viel Spaß gemacht. Es gab eine Zeit, wo ich einfach die Woche Dark Souls durchgesuchtet habe, weil es so geil war. Ähm, warum ist es hier nicht mehr drin? Weil wir schon zu viele Sachen haben, die lange dauern. Also, der Stream Freitag und Sonntag. Ich meine, ich habe das ein bisschen voraus aufgenommen, aber ich will ja auch weiter streamen. Und, äh, Stream-Projekte haben wir halt sehr viele, dass wenn ich jetzt noch Dark Souls mit dazu nehme, das wahrscheinlich zu viel wird. Heißt, irgendwas dabei ist, könnte ich da Dark Souls mit reinbauen, logischerweise. Aber bis dahin ist es halt, ha, ich habe jetzt euch mit mindestens fast schon 10 Stunden pro Woche vollgeballert. Ähm, ich habe gemerkt, wenn ich zu viel raushaue, dann können die Leute das halt nicht gucken. Wie gesagt, ne, keine Zeit. Das heißt jetzt nochmal, Dark Souls funktioniert halt, meiner Meinung nach, nur in Stundenparts. Also, vielleicht müssen jetzt nicht die 3 Stunden von dem Stream sein, aber so eine Stunde, knallige Stunde ist schon toll. Ähm, nicht beim Sex. Einfach nur, weil, ähm, das halt logischerweise sehr, sehr häufig, ähm, Trial and Error ist. Und manche Leute sehen das gerne, keine Frage. Aber wenn jetzt 3 Wochen lang, ah, 15 Minuten, 5 Mal pro Woche, ich gegen den Boss anrenne, dahin renne, sterbe wieder zurück, hinrennen wir, sterben zurück. Und das halt, mehrere Tage hintereinander, ist das vielleicht für den einen oder anderen doch etwas nervig. Ähm, weswegen die das dann halt in Stundenpartprobleme überspringen könnten. Einfach, okay, ähm, mir ist er gestorben, überspringe ich das Rennen, gehe direkt in den Bosskampf rein. Keine Ahnung. Gibt bestimmt auch Leute, die gerne alles sehen. Und deswegen will ich es auch nicht rausschneiden. Deswegen ist so diese Stunde, okay, fangen wir an, äh, ich laufe hin, ihr schaut mir zu, wenn ihr lange Weile habt, springt noch nicht nach vorne. Ist, glaube ich, uns beide das Beste. Ähm, oder, nein, ich habe nicht nur einen Zuschauer, für uns drei das Beste. Und, ähm, deswegen würde ich das gerne als Stundenpart rausbringen, wo aber gerade kein Platz ist, weil, a, das Wochenende schon mit, ne, Content zugeballert ist. Und jetzt nochmal irgendwas in der Stunde dauert reinzunehmen, schaffe ich wahrscheinlich zeitlich nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, ich habe so schon vielleicht Probleme, was ich halt ganz, ganz, ganz gerne als Display haben würde, wäre etwas, was ich mal einmal die Woche aufnehmen muss und dann kann ich das regelmäßig rausbringen, wo halt Montag, Dienstag, Donnerstag drei Parts, die Stunde aufnehmen sollte klappen. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich nehme acht Let's Plays hier mit rein, dann, a, schreibe ich das zeitlich selber nicht, b, weiß ich mehr, was was ist, c, dauert es lange, bis der nächste Part kommt. Deswegen wird Dark Souls 3 schon wieder, es tut mir leid, hinten angestellt, aber ich habe es nicht vergessen. Sollte ich etwas vergessen haben, Meister der Überleitung, äh, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn es Feedback, Verbesserungsvorschläge gibt, dann sagt mir nur mit Bescheid und ansonsten sehen wir uns jetzt wieder regelmäßig, jeden Tag was. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, es wird toll. Bis dahin, Adios Amigos und hoffentlichst auf Wiederhören.